Masih he wat abduniyam ya ya khudani ehed ka din heed kha ya Darsim Al-Fuzal, Vortrag aus den Worten des verheißenen Messias. Friede sei auf ihm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum heutigen Dars aus den Schriften und Aussagen des verheißenen Messias, aleyhissalatu sallam. Wir können uns glückselig schätzen, dass wir den verheißenen Messias, aleyhissalatu sallam, erkannt haben und versuchen, gemäß seiner Lehre auch zu leben. Der verheißene Messias, aleyhissalatu sallam, hat in seinen Aussagen wichtige Hinweise und Wegweisungen für uns mitgegeben, auf dieser Reise der Spiritualität zu Allah-Tara. An einer Stelle schreibt der verheißene Messias, aleyhissalatu sallam, über einen wahren, aufrichtigen Menschen, über einen Muttaki, also jemand, der gottesachtsam ist, gottesfürchtig ist. Er sagt, in Wirklichkeit ist es so, dass derjenige, der sich von Gott fürchtet, in vielen Schwierigkeiten gelangt. Der Mensch kann sich erst dann als rein bezeichnen, wenn er seine eigenen Absichten und Angelegenheiten vollkommen zur Seite legt und sich vollständig aufopfert, um die Absichten von Gott zu erfüllen, damit er seine Zufriedenheit erlangt. Er muss sich vollkommen von Eigenliebe, Stolz und Hochmut distanzieren. Sein Auge soll nur in jener Richtung blicken, in der Gott es ihm befohlen hat. Sein Ohr soll nur in jener Richtung gerichtet sein, wo Gott es will. Sein Mund soll nur für Recht und Ordnung geöffnet werden. Er soll so lange nicht voranschreiten, solange Gott es ihm nicht erlaubt. Sein Essen, sein Kleiden, sein Schlafen, sein Trinken und so weiter soll nur mit jenem Hintergrund vollbracht werden, dass Gott es ihm befohlen hat. Er soll nicht deswegen essen, weil er Hunger hat, sondern nur deswegen, weil Gott es will. Er kann nicht als gottesfürchtig bezeichnet werden, solange er vor seinem Tod nicht einmal stirbt. Wenn er dann für Gott den Tod auf sich zieht, wird er ihm niemals den nächsten Tod zukommen lassen. Liebe Zuschauer, das ist der hohe Rang, den der verheißene Messias, a.s.a. beschrieben hat, von einem gottesfürchtigen Menschen. Und von also einem Rang, den wir bestrebt sind, auch zu erreichen. Aber dafür ist es notwendig, dass der Mensch einen Tod auf sich nimmt. Aber dann ist die Belohnung dafür, dass Allah Dalla ihm keinen nächsten Tod mehr zukommen lässt. Dass er spirituelles Leben erlangt. Der verheißene Messias, a.s.a. hat an einer anderen Stelle darüber geschrieben, dass es kein einfacher Weg ist, diesen Rang auch zu erlangen. Er schreibt an einer weiteren Stelle, Die Erlösung ist mit der Erkenntnis verknüpft. Und die Erkenntnis kann durch die Liebe gesteigert werden, weswegen es sehr wichtig ist, dass man diese Liebe auch besitzt. Es gibt zwei Sachen, die die Liebe weiterentwickeln können. Einmal die Schönheit und dann die Güte. Was für eine Liebe kann derjenige aufweisen, der die Schönheit und die Güte von Allah nicht kennt? Allah sagt im Heiligen Koran, Das heißt, dass die Ungläubigen nicht in den Garten eingehen werden, solange ein Kamel nicht durch ein Nadelöhr geht. Die Exegeten nehmen diese Tatsache wortwörtlich. Jedoch sage ich, dass diejenigen, die Erlösung verlangen, das ungezügelte Kamel ihres Egos durch ihre Anstrengungen so sehr verkleinern, dass sie dadurch durch das Nadelöhr passen. Solange sich das Ego durch die weltlichen Genüsse und Begierden vergrößert hat, kann es durch die reinen Wege der Scharia nicht in das Paradies gelangen. Ihr sollt eure weltlichen Genüsse vernichten. Und euch durch die Gottesfurcht verkleinern, damit ihr dadurch passen könnt. Durch das Hindurchgehen könnt ihr in das Paradies eintreten, welches als eine Erlösung für die Endzeit betrachtet werden kann. Liebe Zuschauer, der verheißene Messias hat hier klargestellt, dass wenn wir einen hohen Rang erreichen möchten, wenn wir unter denen zählen wollen, die Gottes fürchtig sind, die Gottes achtsam sind, dann ist es notwendig, dass man sein Ego verkleinert, so dass man durch das Tor des Paradieses passt. Menschen, die ihr Ego nicht überwunden haben, können diese Ränge nicht erlangen und somit auch das Paradies nicht erlangen. Möge Allah Tala uns alle dazu befähigen, dass wir die beschriebenen Ränge eines gottesfürchtigen Menschen von dem verheißenen Messias, diese Ränge, dass wir diese auch erlangen mögen und möge Allah Tala uns die Kraft und die Fähigkeit geben, dass wir unser Ego überwinden können und verkleinern können, so dass wir seine Liebe erlangen. Möge Allah Tala uns dazu befähigen. Vortrag aus den Worten des verheißenen Messias. Friede sei auf ihm!